Moin Moin und willkommen zurück zu U-Blitz zum neunten Teil. So wir hatten im letzten Teil uns neuen Boden hier geschafft und Tapete sieht eigentlich ganz okay aus. Die Tapete passt vielleicht nicht ganz so aber wir gucken mal vielleicht kriegen wir heute mal eine neue. Ah genau und unser Haus hatten wir angestrichen. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Finde ich ganz gut. Dann gucken wir mal was es für schöne Post gibt für uns. Nur was vom Henker Bot. Todays Henker Analysis has been completed. Here are the results. Crumbberry für Basil. Das kriegen wir hin. Ich glaube gestern hatten wir also in der letzten Folge oder am letzten Tag hatten wir einige eingesammelt davon. Yes. Da können wir uns einmal hier ins Inventar packen. Genau und wir nehmen uns auch schon mal Karoot und Fruptose mit. Fruptose brauchten wir auf jeden Fall für den Geschenkkorb. Den wollten wir fertig machen. Ein Geschenkkorb für den High Council. Damit Badgetown nicht geschlossen wird. Genau und hier hatten wir aus zwei Muzz zweimal Mehl gemacht. Damit wir jetzt hier die Hopdop machen können. Weil uns zwei Stück fehlen für den Geschenkkorb. Und ich glaube genau Quip fehlen uns auch noch. Ich hoffe dass die heute wieder nachgewachsen sind. So ein bisschen Unkraut jeden. Ja ich hoffe dass die Quip nachgewachsen sind. Weil uns glaube ich vier Stück gefehlt haben. Ähm. Um den Geschenkkorb fertig zu machen. Sooo. Ach guck mal. So. Sweetiebeadies. Die hatte ich zwar gestern schon gegossen aber beziehungsweise sie sind auch noch feucht der Boden. Aber ich gieße die jetzt noch mal schnell nach. Damit die nicht trocken werden jetzt innerhalb des Tages wenn wir hier einmal ein bisschen in der Stadt unterwegs sind. Genau das sieht gut aus. Ja der muss sich leider ein bisschen erholen. Weil da Unkraut dran war. Nicht ganz so cool aber das passiert nun mal. Daher ist es vielleicht auch echt cooler wenn wir noch mehr von den U-Blett Häuschen da hin machen. Damit wir damit die immer von alleine die das Unkraut jäten. Ach schau mal an 15 Planklets. Hm ich weiß nicht genau ob wir genug haben und ob wir genug kriegen. Deswegen nehme ich das erstmal noch nicht an. Sooo. Hallo Gimbal. Hallo Gimbal. There is no point in being alive if you are not gonna live a little. Das stimmt. Das macht keinen Sinn am Leben zu sein wenn man nicht auch mal ein bisschen lebt. Sollte auf jeden Fall jeder mal ein bisschen wachen. Vielleicht mal ein bisschen aktiver sein. Ein bisschen rausgehen. Zwischen Sachen erkunden. Auf jeden Fall das machen was einem Spaß macht. Hallo Outgrid. I'm really down for that Mayor Tinsel is doing to try to fix the town up. But I'm keeping an eye on her to make sure she doesn't sell out to evil Megacorp interests. Yes also sie mag die Burgermeisterin. Wie sie welchen Kurs sie gerade fährt. Add one Klomper. Ah Klomper's seat to the deposit box. Ich weiß immer noch nicht welche deposit box die meinen. Deswegen cancel ich mal die Challenge hier. Ja Outgrid mag auf jeden Fall den Kurs den die Bürgermeisterin fährt. Aber sie achtet auf jeden Fall darauf, dass sie nicht ihre Seele an irgendeinem großen Konzern verkauft. So hier sind die ganzen Klomper. Gucken ob wir Spicy Spear irgendwo hier haben. Ne sieht nicht so aus. Aber wir hatten... Oder war das hier vorne? Doch hier vorne sind wir nochmal welche. Sehr gut. Ja letztes Mal hatten wir auch nur einen abgeerntet. Aber das ist auch nicht so wild. Ich nehme die ja sowieso immer nur oder im Moment nur um den äh Reconstitute zu fördern. Mal ein bisschen mehr Slurry Punkte zu sammeln. Apropos Slurry Punkte und so weiter. Gucken wir mal die täglichen Aufgaben an. Talk to Town Folk. Ah haben wir gleich schon erledigt weil wir schon mit zwei geredet haben. Catch five things with the Sea Dangler. Genau diese Aufgabe habe ich nämlich gewollt. Und dafür haben wir den ganzen Slurry gesammelt damit wir uns Köder holen können. Damit wir ein bisschen angeln können. Und wir müssen nämlich fünf Dinge daraus ziehen. Also wir müssen fünfmal angeln logischerweise. Und dementsprechend fünf Köder haben was 50 Slurry Punkte bedeutet. Und wir sollen uns noch ein bisschen Kleidung kaufen. Das schauen wir mal ob irgendwas cooles dabei ist. Vielleicht irgendwie eine Brille oder einen kleinen Hut oder so. Ah Ragnolia. Was machst du denn hier bei Ara? I presume you've got those Lupoli-Frau Samples for me. Ne immer noch nicht. Die sind leider noch nicht fertig. Aber wir haben jetzt die Aufgabe erledigt mit drei Leuten zu reden. Ah guck mal hier ist noch eine Potion. Also ein Trank um Existenzängste nächtig zu machen. Nicht mehr so viel drüber nachzudenken. So, ich guck nochmal was er hier alles haben möchte. Ein Planklitz ist drin. 300 Gummis. Ah, Basil, Basil, Basil. Das wird teuer hier die Dance-Barn wieder zu öffnen. Let me get it straight. Du hast keine Farms-Erfahrung und hast keine Investoren. Wenn ich 10 Gummis für oder gegen deine Farme zu bete, würde ich definitiv bete gegen dich. Ich versuche nicht, dich zu beschädigen. Wie gesagt, ich mag ihn einfach nicht. Trotzdem geben wir ihm jetzt nochmal die Beere, die er mag. Ah, Heißluftballon-Sticker. Der ist cool. Den mag ich. Was kriegen wir nicht? Was kriegen wir nicht? Noch ein Monokel für unsere Hublitz und Swidiwidi-Samen. Ja, er meinte, würde er, würde jemand mit ihm wetten, ob wir es schaffen. Ob wir unsere Farm erfolgreich bewirtschaften. Wird er gegen uns wetten. Ja, das ist nicht so cool. So, ich glaube es ist an der Zeit, dass Schrambo mal ein Accessoire kriegt. Und er sieht vortrefflich aus. Fehlt nur noch ein kleiner Schnäuzer. Ja, das wäre super cool. So, schauen wir mal. Ah, wir haben ja unser Clickyclaw noch dabei. Ach, aber Ragnolia war bei... Ne, da ist sie. Sehr cool. Ragnolia, ich versuche... Nein. Ach, habe ich immer noch nicht. Aber hallo, Aura. Es ist etwas romantisch, dass man mit Menschen mit Lettern und Postkarten konversieren kann. Natürlich ist es für alle, die involviert sind. Aber das bedeutet nur, dass man sich interessiert. Ja genau, Postkarten zu bekommen ist ganz cool. Ist eine schöne Art, jemandem zu zeigen, dass man ihn gern hat. Genau, so. Genau, wir kriegen wieder 100 Gummies, weil das ein Special Clickyclaw ist. Frag mich, ob man hier an dem Hanker-Bot... Ist Ragnolias Hanker-Bot-Invention? Ne. Hab gedacht, vielleicht kann man da nochmal was erfragen. Über jemanden. Aber... Das kriegt man immer nur per Post anscheinend. Und immer nur einen Tipp am Tag. Bis jetzt jedenfalls. Vielleicht kann man den ja später noch ein bisschen verbessern, oder was? Oder sowas. So. Ja, so wie ich das hier sehe, sind hier wieder nur ähm... Wie heißen die denn noch? Cranberries. Am Baum. Aber wir brauchen Quip. Wir brauchen vier Stück. Und ich glaub... Ja, hier haben wir nur drei. Ich hoffe, wir kriegen noch mehr. Hallo Video. Would you ever be interested in seeing Throttle Crown 8? Hmm. Ja, warum nicht? It would make for quite the adventure. Perhaps one day. Ja, ob ich seinen Heimatplaneten mal sehen möchte? Warum nicht? Hallo Melder. Das stimmt. In Grammatik muss man sich erst Sorgen machen, wenn man ansonsten überhaupt keine Sorgen mehr hat. ist. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Sehr gut. Ah, ein Donut. Sehr cool. Oh, ne Fliege. Die wird bestimmt echt gut zu dem Monocle passen von Schrambo. Ice Cream Cone. Sehr cool. Oh, und wir haben eine neue Badge. Der kommt gleich. Hair do Concept number 14. Sectional Beehive wrap in deltoid curved cringes. Ich hab keine Ahnung, wie ich das übersetzen soll. So, Schrambo. Accessoire. Ah, guck mal. Und ein Eis können wir dem geben. Aber erstmal geben wir ihm eine Fliege. Ja. Das ist doch wunderbar. Der sieht sehr classy aus. So, und. Ich weiß nicht. Wollen wir unserem Officer Clicky Claws noch ein Eis geben? Oder unserem verdreckten Lump Stump? Ich glaub, das müsste eigentlich auch ganz süß aussehen. Hm? Wo ist das Eis denn? Oder sieht man das hier nicht? Da, da hat er seine Hand. Oh. Hallo. Eine neue Badge. Was kriegen wir denn? Friendship. Ah, 10 Sticker. Sehr gut. Oh, 200 Wishy. Dann können wir uns auf jeden Fall irgendwas Neues leisten. im Wishy Well. Ja. Level 3. Das machen wir auf jeden Fall. Damit unser Ups Coop besser wird. Ui. Wir konnten sogar auf Level 4 gehen. aber ich glaube, ich möchte erstmal ein bisschen was anderes freischalten. zum Beispiel mehr Home Dekor. Weiß ich nicht. Ein bisschen mehr Klamotten. Ui. Okay. Mehr U-Blitz wäre natürlich auch cool. Ah, komm. Mehr U-Blitz. Sehr cool. Dann kriegen wir auch mal wieder neuere U-Blitz. oder mal ein bisschen andere. Ähm. Mal gucken. Ich will mal überlegen, ob wir mehr Klamotten nehmen. Das Snaps Expansion wäre nochmal mehr Frisuren. Bigger Farm. Man kann die Farm auch vergrößern. Ui. 1000 Wishys. Das ist natürlich krass. Aber ich glaube, ich will mal mehr Klamotten haben. Yes. Sehr gut. Unlock Spot geben nur Types of U-Blitz in Badgetown. Genau. Sehr cool. Dann bin ich gespannt schon auf den nächsten Tag. Ob da vielleicht ein paar neue dabei sind. Und vor allem, was wir dafür brauchen. Das könnte vielleicht noch das Problem sein, dass wir nicht die richtigen Sachen dafür haben. Ach, guck mal. Hier sind auch noch Quip. Die holen wir uns auf jeden Fall. Falls wir nochmal irgendwo welche brauchen. Ach, wir brauchen ja auch noch welche. Ah, genau. Guck mal. Perfekt. So. Hier hätten wir... Ah, wir brauchen drei und nicht zwei. Dann brauchen wir unbedingt noch einen Fructose. Dann laufen wir mal schnell zur Farm. Hallo Bürgermeisterin. Hallo Bürgermeisterin. If everyone just picked up one lousy can off the ground, we could solve this whole can catastrophe overnight. Das stimmt. Wenn jeder nur eine Büchse hier aufsammeln würde von diesen Mystery Cans, die hier immer rumliegen. Dann würden keine mehr hier rumliegen. Ich schau mal kurz, wo die sind. Weil die haben wir ja auch noch nicht aufgesammelt hier. Aber wir können auch nochmal schon in den Reconstitute die ganzen Spicy Spear reinpacken. Und das dauert ja ein bisschen länger, bis die verarbeitet sind. Ach, hier sind wieder die Dosen. Wieder nur fünf Stück. Das ist sehr gut. So. Die packen wir hier natürlich auch alle rein. Und ach, wenn wir schon dabei sind, holen wir uns... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünfmal Köder. Und gehen fünfmal angeln. Dann haben wir unsere tägliche Wishy Quest erfüllt. Sehr gut. Das nehmen wir. Und ab dafür. Huah! Mal gucken, was wir fangen. Speedy Grow wäre ganz cool. Dann könnten wir vielleicht unsere Loopy Flower... Ach, guck mal. Gummis. Ähm. Diese neue Pflanze, die wir eingepflanzt haben, vielleicht mal ein bisschen schneller zum Wachsen bringen. Dann können wir die Aufträge schneller erfüllen. Eine Wrapper. Ha. Okay. Ist das einfach nur Müll oder... Gucken wir gleich mal, ob das irgendwas besonderes ist. Ah, Meltalizer. Davon haben wir auch schon ein paar zu Hause in der Kiste. Also falls es mal... Falls es mal Frost gibt... Sind wir gewappnet. Small Nerney Bundle. Also ein paar Nerneys. Ich glaub fünf Stück. Und... Na. Ah. Was ist das denn? Stay soggy extra sog. Ah. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas ist. Dass der Boden länger feucht bleibt. Kann das sein? Äh. Wo ist es da? Keep a crop watered for four days. Ach krass. Damit kann man... Äh. Eine Pflanze vier Tage lang feucht halten. Krass. Muss ich gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist ja ganz cool. Aber... Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ach hier. Der Wrapper. Ja. Das ist einfach nur Müll. Aber den haben wir aus dem See... Aus dem Meer gefischt. Dann spinnt er da wenigstens nicht mehr rum. Das ist auch ganz gut. Und wir kriegen durch den Reconstitute ein Slurry da draus. So. Wir choppen hier mal die Äste. Hier war eigentlich sonst auch immer ein Ast. Ui. Hier sind auch noch mal Quips. Die holen wir uns auch. Und lagern die gleich bei mir in der Kiste. Falls wir noch mal Quips brauchen für irgendeinen Auftrag. So. Können wir eigentlich irgendwas Neues bauen? Nee. Eigentlich nicht. So. Genau. Was brauchen wir eigentlich für so einen Hoopscook nochmal? Clothlets drei Stück. Nerney. Planklets und Hoopserien. Vielleicht bauen wir nochmal zwei oder sowas. Im Endeffekt sind die eigentlich sogar cooler als die Sprinkler. Weil da ja auch das Unkraut gejätet wird. Und. I don't have a problem with Milu. Like some folks do. But that doesn't mean I want to hang out with him. Ah. Sie hat kein Problem mit Milu. Er ist ja so auch so ein bisschen. Als ob er so der Beste wäre. So eingestellt. Aber. Sie mag auch nicht unbedingt mit ihm dann rumhängen. Lovely Wallpaper. Das ist das was wir schon haben. Dust Bowl Paint. Oha. Ah. Das sieht irgendwie cool aus. Nehmen wir mit. Stimmt. Wir haben ja auch noch einen Teppich gekauft. Den haben wir noch gar nicht ausgelegt. Das sollten wir auf jeden Fall gleich nochmal machen. Aber wir haben ja auch noch eine tägliche Aufgabe. Für 10 Wishy. Dass wir. Uns was zum. Anziehen. Kaufen sollen. Schauen wir mal. Ob irgendwas cooles dabei ist. Hm. Ah. Die Mütze finde ich eigentlich nicht so cool. Und ansonsten. Ah. Der Agile Pullover ist eigentlich ganz nice. Aber. Wird ich jetzt auch nicht unbedingt. 55 Gummies für ausgeben. Khaki Leggings. Hm. Rote Jeans. Ja. Aber vielleicht sind hier nochmal coole Leute Schuhe. White Sneaker. Aber ich glaube ich habe schon die White Sneaker an. So wie es aussieht. Dark Flats. Pale Flats. Das sind mehr so Damen Schuhe glaube ich. High Visibility Safety Vest. Ah ok. Hallo Charles. I'll never understand cafes. That leave their baked goods unwrapped on their counters. Who buys open air food? You're one of the few people I can tolerate. Here's a friendship sticker. Ah. Sehr cool. Ah. So eine Potion. Und was kriegen wir noch? Charles Jacket. Ah. Guck mal. Und Sweetie Bitty Samen. Sehr cool. Wir haben. Hehehe. Der sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Finde ich eigentlich cool. Ich glaube den behalten wir mal an. So. Young Charles. Holen wir uns das Cappy. Ja komm. Ich würde mal sagen das passt zu der Jacke. Ähm. Ja. Ja. Die Frisur sieht nur ein bisschen komisch aus. Aber. Mach nix. Laufen wir erstmal so ein bisschen. So durch die Gegend. Und unser Auftrag ist fertig. Ach. Da ist noch was auf dem Boden. Schau mal. Da. Mold Identification Kit. Aha. Ein. Äh. Was heißt Mold nochmal? Schimmel. Schimmel Identifikations Kit. So. Schimmel Identifikations Kit. So. Da müssen wir eigentlich unsere. Genau. Drei Aufgaben fertig haben. Sehr cool. Genau. Jetzt machen wir uns noch ein. Fructose. Aber vorher noch mal kurz mit Milu. Nein. Mit Milu. Schnacken. Milu. Hast du verloren? Nein. Ich glaube nicht. Du hattest eine Art Dump-Lock auf deinem Gesicht. Also ich dachte, vielleicht warst du verloren. Und du brauchst meine Hilfe. Aber okay. Aha. Aha. Klofflett. Sehr cool. Stimmt. Bei Meet Seeds müssen wir auch nochmal reingucken. Was vielleicht im Angebot ist. Vielleicht ist da irgendwas cooles im Angebot. Achso. Mit dir reden können wir ja immer noch nicht. Sinuka Seed. Na komm. Ui. Man kann jetzt auch viel mehr kaufen. Wenn die im Angebot sind. Aber wir kaufen trotzdem nur 10. So. Von den anderen kaufen wir erstmal nichts. Denke ich mal. Ah. Die Gießkanne wäre natürlich auch noch was. Aber wenn wir uns die ganzen U-Scoops bauen. Dann brauchen wir auch nicht mehr unbedingt so viel gießen. Dann machen das unsere U-Blades für uns. gut. Aber natürlich nur wenn wir die auf Stufe 2 haben. Guck mal. Unser Mast ist fertig. Sehr cool. Ah. Hier ist wieder. Ähm. Und Kraut dran gewesen. So. Dann. Sweetie bitty. 20 Stück haben wir. Aber ich glaube wir nehmen mal die Sinuka. Und pflanzen die mal ein. Einen Pumperdub. Können wir auch noch. Einpflanzen. Yes. Das machen wir. Genau. Den pflanzen wir mal hier. Und ansonsten. Pflanzen wir hier mal ein bisschen Sinuka. Genau. Da haben wir noch 3 Stück übrig. Die pflanzen wir glaube ich einfach hier. Nochmal an der Seite. Genau. Verwässern die nochmal. Die auf jeden Fall schon mal anfangen zu wachsen. Das sieht doch ganz gut aus bis jetzt. Machen wir hier nochmal kurz ein bisschen Steine und sowas kaputt. So. Genau. Und einen Fructose brauchen wir noch. Genau. Das machen wir noch. Hoffentlich fix. Ähm. So. Die Sachen sortieren wir hier schon mal wieder ein. Ähm. Genau. Tränklets. Einmal weg. Nerni. Cloughlets können wir theoretisch mitnehmen. Sweety beety Samen brauchen wir auch erstmal nicht. Habe ich hier eigentlich auch die Muscheln drin. Ja. Dann packen wir das da auch mit rein. Genau. So. Dann machen wir uns nochmal eine Fructose. los. Yes. Weiß nicht wie lange das dauert. Das ist das Problem. Ich hoffe wir kriegen das heute noch fertig. Damit wir den Geschenkkopf fertig kriegen. Ähm. Ach genau. Wir können auch noch ein bisschen. Holz hacken. Weil wir 15 glaube ich abgeben müssten bei. Ach. Mir fällt immer der Name nicht ein. Plenny. Genau. So. Schauen wir noch. Ist der fertig? Yes. Sehr cool. So. Und ich glaube. Ja. Der Pumper Doop ist auch fertig. Kriegen wir da draus. Ne. Haben wir keinen neuen Samen gekriegt. Schade. Ja gut. Gehen wir mal ins Haus wieder rein. Äh. Liefern die hier ab. So. Dann. Hol ich mir noch die Planklets. Und laufe noch ganz schnell. Zu Plenny's. Dass wir nochmal einen Auftrag fertig kriegen. Dann muss ich auch dringend schon schlafen gehen. Sonst bin ich am nächsten Morgen auch wieder groggy. Das wäre nicht so cool. So. Schnell nochmal. Ups. Yes. Sehr gut. Ein paar Gummies verdient. Und wir haben einen weiteren Auftrag fertig. Genau. Und jetzt. Dann laufen wir noch schnell nach Hause. Und ab ins Bett. Yes. Sehr gut. Das war auch ein aufregender Tag. Da haben wir auch einiges hingekriegt hier. Sehr gut. Ui. Gucke mal. Bibin. Zwei Bibin sind da. Und noch ein anderer Ugum. Mann. Ja. Gucken wir mal. Was wir für die brauchen. Ich glaube für die Ugum brauchen wir die Nudeln. Kann das sein? Gucken wir mal schnell. Ugum sind die Nudeln. Ja. Genau. Und für die anderen. Was ist denn das? Sind das Steaks oder sowas? Weiß nicht. Können wir sowas schon kochen? Ich glaube nicht. Was könnte das sein? Ach das war Soggy Bread oder sowas. Ne? Das können wir noch lange nicht machen. Das hier ist das. Hm. Da brauchen wir das Rezept noch für. Schade. Aber. Wir können. machen. Glaube ich. Oh. Was bräuchten wir denn noch für die Nudeln? Warten wir. Ein Maas. Okay. Ähm. Da. Dann machen wir uns noch einmal Nudeln. Ach guck mal. War das eine Aufgabe? Ja. Cock one Oodles. Ach. Guck mal. Sehr cool. Plant a Sinuca. Sinuca. War das die, die ich schon vorhin gekauft habe? Die Samen. Ähm. Habe ich wieder weggepackt glaube ich. Okay. Packen wir hier erstmal das ganze Essen weg. Dann packen wir hier noch Planklets und so weiter weg. Ähm. Ich glaube. Holen wir die Sachen. Packen wir in den Koffer. Hatten wir drin. Genau. Milt leise. Achso. Das ist nur Müll. Warte. Nehmen wir den mit. In den Reconstitute. Sehr gut. Aber. Nicht vergessen. Wo ist denn. Ah. Hier ist er. Colorful Rack. Ah. Sieht eigentlich. Ganz cool aus. Ah. Wir packen den mal so. So rum. So rum. Ja guck mal. Dann sieht das mit dieser Welle so aus. Als ob man. Den so. Schlecht unter. Das Sofa geschoben hätte. Sehr cool. Find ich eigentlich ganz cool. Nur ein bisschen klein. Könnte noch ein bisschen größer sein. Aber. Was soll's. Gibt's bestimmt bald. Ein etwas größerer. Yes. Und. Das coole ist. Es regnet. Sehr gut. Und. Hier. Unser. Mask. Ist jetzt auch fertig. Und. Der. Gumpadude. Hui. Und. Die. Clothlets. Sehr cool. Hui. Und. Hier vorne. Die. 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 Ich. Wollte. Eigentlich. Noch mal gucken. Bhiti bitti. Oder Maas. Eigentlich Maas. So. Und. Die Sachen hier. Packen wir hier weg. Genau. das ist doch gut. Cloughlets sollten wir uns mal wieder anpflanzen, denke ich mal. So, hier ist noch der Grouped House, den wir brauchen. Den nehmen wir mit. Und jetzt der Unkrautjäten. Pflanzen wir noch mal ein bisschen Mass ein. Sehr gut. Und? Ah, okay. There isn't any space for more U-Blitz. Oha, wir haben zu viele U-Blitz, anscheinend. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir vielleicht... Okay, Fliegel. Nehmen wir den mit ins Team und packen ihn in die White Lands. Das wäre vielleicht eine Idee. Clickyclaw schicken wir mal nach Hause. U-Gum auch. Dann nehmen wir hier den Lumpstump mit. Genau, komm mal mit. Und den Fliegel. Kommt mal mit mir mit. Dann bringe ich euch in die White Lands. Dann sollten wir wieder zwei Plätze frei haben für die neun. Hallihallo. Ich rede gleich mit euch. Wir lassen uns nicht vergessen. Add one more Annihanni. Okay. Das machen wir eben kurz. Damit wir die Aufgabe fertig haben. Nehmen den aber gleich wieder mit raus. Yes. Done it. Und es ist gelevelt. White Lands Level up. Sehr cool. Hey Twig haben wir gekriegt. Gucken wir gleich mal, ob das... Ähm... So, Lamster. Ob das ein Accessoire für die U-Blitz ist oder für mich. Das wäre natürlich auch cool, wenn wir mit so einem Grashalm durch die Gegend laufen können. So, und hier nochmal fliebeln. Viel Spaß. Ich frag mal mich, wie viele wieder reinmachen können. So, Stuff. Ja, ein Accessoire ist das. Für meine U-Blitz. Dann würde ich sagen... Wir geben Lamster. Ja. Lamster. Den Grashalm. Sehr gut. Hallo Ara. I've been on an enchantment kick lately. Want me to enchant your face? Uh, maybe another time. Ah, die ist gerade auf einem Verzauberungsstrip. Taffy. Hallo Gimbal. Hallo Gimbal. Ich hatte einen Trombo letzte Nacht. Aber es kam so schlecht, dass ich mich riecht. Ich muss meinen Lieferanten einen Freundschaftssticker geben. Leben wird nicht das gleiche ohne dich. Ah, cool. Eine Wolke. Ein Safari-Hut. Und Kaffee. Mann, Mann, Mann. Ein Safari-Hut. Wer könnte den... Oh, Lumpstump. Yes. Sehr cool. Gefällt mir. So, wir gucken mal. Ah, sehr gut. Wir haben den Heißstoffballon. Fertig. Das ist alles für das? Das ist für den Ballon reparieren. Oh, ja. Well. Hopp, hopp. Wir fliegen in keinem Zeitpunkt. Ich denke, ich würde besser arbeiten. Komm zurück in einem Tag. Und sie sollte sehr wertvoll sein. Okay, also in einem Tag sollte der Ballon fertig sein. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, wir gucken mal kurz nach den Sachen hier. Na, ich glaube, wir können nichts davon abgeben. Ich guck mal aber kurz bei den Samen. Im Samen-Shop nochmal rein. Weil wir haben ja eine tägliche Aufgabe, dass wir Senuka-Seeds anpflanzen sollen. Ich glaube, das waren auch die... Ja, genau. Die hatten wir im letzten Tag schon angepflanzt. Sonst ist nichts im Angebot. Hm. Aber ich brauche Clothlets. Die sind leider sehr teuer, aber... Ja. Müssen wir leider machen. Um ein bisschen voranzukommen. Clothlets sind immer das einzige, was man... Was einen so ein bisschen abhält. Davon die ganzen Sachen fertig zu kriegen. Habe ich so das Gefühl jedenfalls. Ähm. So. Dann machen wir den Stein kaputt. Dann machen wir hier wieder... Zwischen die Erde umwälzen. Ähm. So. Zwei Mass haben wir hier noch. Aber... Wir wollen... Einmal... Ein Siluka anpflanzen. Genau. Damit wir die Wishy bekommen. Und... Pflanzen wir hier noch Clothlets an. Genau. Machen wir hier einmal... Unkraut weg. Das ist nämlich nicht so cool. Und... Wir holen uns hier... Die neuen U-Blitz. Wiggy Whip. In... Grün-Gelb. Wie gesagt, sieht noch mehr nach Pommes aus. Meiner Meinung nach. Ani Ani. Den roten. Sehr gut. So. Dann... Gucken wir mal... Unsere U-Blitz an. Mh... So. Clicky Claws hatten wir glaube ich schon gescannt. Dann nehmen wir mal die beiden hier mit. Die neuen U-Blitz. Oder brauchen wir jetzt noch irgendwas... An Sachen? Mh... Ich glaube nicht. Oder nicht. Dann laufen wir nochmal. Wer es nicht im Kopf hat, der hat es in den... Beinen, ne? Wie es so schön heißt. So. Dann laufen wir. Wusch, wusch. 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 Sehr gut. Hallo Milu. Some days I wonder what life would be like if everyone were as enlightened as me. Mhm. Dann wundert sich, wie das Leben wäre. Wenn alle so intelligent und weise wären wie er. So. Sehr gut. Wir haben endlich den Geschenkkorb fertig. Wie? Ich wusste, dass ich dich aufhören könnte. Ich hoffe, dass dieses Giftbasket genug ist, um den U-Blitz High Council zu reconsider. Sehr gut. Wir haben 120 Gummis dafür gekriegt. Und wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Das ist doch schön. Wir haben der Stadt geholfen. Indem wir einen Geschenkkorb für den High Council gemacht haben. Damit die Stadt nicht geschlossen wird. Sehr cool. So. Und wir helfen der Stadt natürlich noch weiter. Indem wir hier die ganzen Dosen einsammeln. Den ganzen Müll. Der hier immer hingeweht wird. Sehr gut. Hallo, Arvin. Warum do Charakters in dem gleichen Videogame nicht einfach nur den gleichen Namen haben wie ein anderer? Ich persönlich nicht lieb. Zumindest für Wuppers. Mhm. Melda. All I want is for someone to tell me I'm doing what I should be doing. Ach, ich hatte gerade immer noch vergessen meine Posten anzugucken, glaube ich, oder? Deswegen haben wir die Henker Bot Nachricht noch nicht. Und wissen noch nicht, was einer der Bewohner hier gerne hat. Und was wir ihm schenken können. So. Dann laufen wir mal kurz zurück. Das Holz nehmen wir mit. Warte. Yes. Ich hatte vergessen meine Post abzuholen. So. Ah, guck mal. Henker Analysis hat die Resulte. Gimbal hat einen Henker für Borregos. Borregos haben wir, glaube ich, noch einen. Das ist ja dieser schwarze oder der dunkle Gothic Pilz. Genau. Davon nehmen wir einen. So. Den Rest können wir hier einmal wegpacken. Genau. Die Planklets auch. Den Klofflet pack ich auch mal weg. Genau. So. Achso. Ah ne, wir haben noch nicht gescannt. Das wollten wir jetzt noch machen. Ich hoffe, Ragnolia ist noch bei der Lernary. So, mit Ara hatten wir, glaube ich, auch schon geredet. Ah, hier ist auch noch ein Borregos. Gut. Guten Tag, Officer Saffel. Badgetown hat eine riesige und spannende Geschichte. Zum Beispiel. In diesem Umfeld war es ein Trashpit. Oder war es die alte Stadt? Hm. Also, der weiß echt gut über Geschichte Bescheid hier. In Badgetown. So, Ragnolia. Hallo. Ne, sind leider noch nicht fertig. Aber ich wollte scannen. Ah, nein. Yes. Ich habe zwei neue U-Blitz. Den sollten wir 100 tongues kriegen. Yes. Und wir haben noch ein Annihanni. over, in den sollten wir nochmal 50 kriegen. Genau. sehr gut. Das wars. Hier ist noch ein Zettel, habe ich gesehen. Evaluating creative delusions as a cobbler. Mechanism. Abstract. Through observations of my brother who has convinced himself he is an extraterrestrial being I evaluate how he navigates a world that is alien and difficult for him to parse. Okay also das ist ein coping mechanismus also um besser mit Sachen klar zu kommen von Videon zu sagen dass er ein alien ist von einem anderen Planeten um mit den Herausforderungen der Welt besser klar zu kommen. Ich weiß nicht ob das so gesund ist aber naja Bibin die brauchen zwei Suggie Brads wie gesagt die haben wir leider noch nicht beziehungsweise das Rezept dafür was echt ärgerlich ist weil die sind echt cool und die hätte ich echt gerne. Hallo Videon wir haben gerade von dir gesprochen. It is unfortunate. The Oopnet is no longer available in Badgestone. Access to the Oopnet would greatly expedite my research of Oop as well as let me watch Ooplet a fail video compilations. Ja das stimmt. Wenn das Oopnet wieder da wäre könnte man sich schöne äh lustige fail videos angucken. Hallo Basil. Being at the top of the pile means there is always someone trying to knock you off. I suppose you won't understand. Ah immer diese Seitenhiebe von ihm. Wie gesagt ich mag den nicht so gerne. Aber was soll's man muss ja auch nicht jeden mögen. Muss nur mit ihnen klarkommen beziehungsweise sie trotzdem fair behandeln. Hallo Outgrid. How do bud. Wanna grab a few planklets for me so I can put together a tricycle ramp. I think like 10 will be enough to make a pretty amazing and dangerous ramp. You're such a good friend. Let me give you a sticker. Ah. Guck mal. Ein Schraubenschlüssel. Und ein Recipe Piece. Jetzt sollten wir 5 zusammen haben. Vielleicht. Können wir die dann zu einem Rezept zusammen führen. Ui guck mal wie cool die aussehen. Komplett blau. Die sind echt cool. Nun gut. Aber wir haben hier. Ugum. Yes. Und machen wir Dance Battle? Ne wir warten noch. Wir holen uns die anderen U-Blitz die wir haben. Die besser kämpfen können. Weil wir haben jetzt zwei neue dabei. Mit denen können wir glaube ich nicht ganz so gut kämpfen. Beziehungsweise tanzen. Ich sag immer kämpfen aber es ist ja tanzen. So den Ani Ani packen wir weg. Genau und dann nehmen wir. Obwohl Ugum und Clicky Claws sind ja auch nicht so viel besser. Dumb Verb nehmen wir auf jeden Fall glaube ich wieder mit. Weil der uns Nachteile weg machen kann. Von uns. Ugum. Ach weißt du was. Wir nehmen doch Wiggle Whip mit. Oder doch Ugum. Clicky Claws. Ach komm Clicky Claws. Komm mit. Mein Freund. Yes. Und wir brauchen ja noch Planklets. Dann zerhauen wir hier noch ein paar. Weiß gar nicht. Hatten wir noch welche im Inventar? Nee. Aber wir haben jetzt vier Stück. Dann holen wir den Rest hier noch aus dem Haus heraus. So. Einmal. Einmal. Wie viel wollte sie noch mal haben? Zehn Stück glaube ich. So. Das können wir wegpacken. Rain Plop haben wir jetzt natürlich auch wieder. Dadurch dass es regnet. Dann können wir uns mehr Sprinkler bauen theoretisch. So. Wir gucken mal ob wir fünf. Äh. Nein. Du hast vier Recipe-Pieces. Assemble sie in deinem Inventar. Ah. Also wir hatten doch nur vier gebraucht. Aber ich hatte anscheinend die vier Recipe-Pieces. Es gibt nicht vier auf einmal im Inventar. Na gut. Fimbi Tartar. Das Ding, das jeder präsentiert zu lieben. Weil es in all den fancy Restaurants ist. Also das ist das Ding. Was jeder vorgibt zu mögen. Weil es in extravaganten Restaurants. Weil es das da gibt. Ah guck mal. Fimbi, Marsflower und Quip. Fimbi haben wir noch nicht. Na gut. Dann werden wir das wahrscheinlich irgendwann mal freischalten. Beziehungsweise finden. So. Genau. Wir wollen hier nochmal kurz. Ah. Den anderen. Die andere Farbe dran machen. Ich finde das Haus sieht cool aus damit. Mag ich. Sehr sehr cool. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Zu Outgrid. Beziehungsweise auch noch zu Gimbal. Hier geben wir nochmal so einen Gothic-Pilz. Damit sie uns noch mehr mag. Wusch. So. Bitteschön. Aber hier vorne ist übrigens auch einer. Den hättest du dir auch selbst holen können. Aber. Ich gebe ihn dir auch gerne. So. Oh. Hier ist noch einer. Ja. Den nehmen wir dann auch mit. Sehr gut. Mit der Bürgermeister dann drehen wir nochmal. You'll want to start thinking about building an Oop Scoop for any Ooplets you leave back at your farm. They get sad without a little home. Of their own. Okay. Tragnolia. Ne. Habe ich leider immer noch nicht fertig. Das dauert leider alles immer noch. Hier ist glaube ich noch eine Nachdicht. Try to sabotage the incidental recycling machine by feeding it random items. Have only managed to produce minimal downtime. Hm. Also irgendwer hier in der Stadt versucht die Stadt zu sabotieren. Vielleicht ist derjenige auch dafür verantwortlich dass hier die ganzen äh Dosen rumliegen. So. Dann wollen wir mal ein Dance Battle beginnen. Yes. Wir nehmen natürlich alle High Level mit. Hm. Nehmen wir Dumberg mit. Oder nehmen wir Ani Ani mit. Ich glaube Ani Ani. Okay. Dann gibt es jetzt ein Dance Battle im Regen. Wash Wash. Gut. Also. Wir können. Hm. Ein Pflaster beibringen. Nein. Wir holen uns auf jeden Fall zwei extra Beats für den. Für nächste Runde. Dann holen wir uns drei Punkte und ein Hype. Genau. Und dann holen wir uns nochmal drei Punkte. Yes. Und das soll es erstmal gewesen sein. Das ist ja klar. Ja. Guck mal. Die haben auch diese Dinger. ach guck mal, noch ein Beat. Uiuiui, dafür eine klasse Runde hier. Okay, jetzt ist die Frage. Einen Hype haben sie nicht, also wir können keinen klauen. Wir können den einen Debuff anhängen, das wäre glaube ich ganz cool. Zwei Punkte kostet das, das kostet drei. Also auf jeden Fall möchte ich die vier Punkte und einen Hype. Genau. Unseren anderen Lumpstump lassen wir tanzen für mehr Hype. Da ist eine andere Karte vom Deck. Vielleicht kriegen wir ja eine Karte. Ne, leider nein. Aber na gut. Jetzt haben wir natürlich einen Hype. Hätte ich jetzt klauen können, aber vielleicht kriegen wir die Karte auch gar nicht. Aber wir kriegen sie gleich nochmal. Ui, jetzt klauen sie mir einen Hype. Das ist ja nicht so cool. Aber den klauen wir gleich zurück. Holen uns ein Gratis Beat und den Hype holen wir uns sofort zurück. Ja, das ist meiner. So. Gain 6 Points and remove 1 Fraste from it him. Aber 6 Punkte kriegen ist natürlich auch echt cool. So. Aber wir holen uns hier die 8 Punkte. Dann sind wir schon über der Hälfte da. Und ich glaube wir klauen den jetzt nochmal 5 Punkte. Das habt ihr davon. So. Oha. In vier Runden klauen sie mir 11 Punkte. Ich hoffe so weit kommt es nicht. Ich hoffe, dass wir bis dahin genug Punkte machen. Aber wir sollten glaube ich auch gleich nochmal 2 Hype dazukriegen, oder? Yes. Genau. Sehr gut. Haben wir 2 Hype dazukriegt. So. Hier können wir 7 Punkte kriegen. Hier nochmal 8 Punkte. Wir haben aber nur 5 Beats. Dann machen wir das. Holen uns 7 Punkte. Wir sind bei 35 und kriegen noch eine Karte aus dem Deck. Genau. Dann holen wir uns einfach hier Lilindi. Und dann haben wir gewonnen. Sehr gut. Yes. Ich hoffe einer von meinen U-Blitz checkt ein Level ab. Weil ich glaube das war auch noch so eine Daily Quest. Leider nein. Aber was soll's. Halb so wild. Dafür haben wir jetzt noch einen U-Gum-Samm. Von dem grünen U-Gum. Yes. Jetzt sehen wir schon aus wie so eine See-Anemone. Sehr cool. Dann haben wir das auch geschafft. So. Jetzt müssen wir Outgrid noch finden. Aber wir gucken erstmal nochmal im Shop vorbei. Ob es vielleicht noch irgendwas cooles gibt. So ein weiß-rot gestreiften Pulli. Eigentlich auch ganz cool. Was kostet der Backpack eigentlich 500. Hm. Ich glaube. Hm. Soll ich ihn mir holen? Ja komm. Der ist schon ziemlich cool. Ja. Jetzt bin ich ein Bärchen. Hallo Charles. I can't stand how U-Blitz just put their bear bumps directly on whatever they sit on. That's why I prefer to only let a pence, pence bears into my house. They are the only reasonable type of U-Blitz. Ah. Er mag es nicht wenn U-Blitz mit ihrem blanken Hintern über sich hinsetzen. Deswegen mag ich nur eine bestimmte Art von U-Blitz, die eine Hose anhaben. Na gut. So. Manitui. Gehen wir auch nochmal rein. Sagen hier nochmal Hallo. Hallo Sprint. Crafting a friendship is like crafting furniture. How so? Hm. I don't know. I just sort of frame all my thinking on making furniture. Er sagt, Freunde zu machen ist genauso wie Möbel zu machen. Aber sie will einfach nur alles, dass sich alles um Möbel dreht. Deswegen sagt sie sowas. Craflet brauchen wir. Für Upsku. Ich glaube wir haben nur ein Craflet leider. Und ich glaube es sind auch gerade keine hier in der Gegend. Leider. So. Kommen wir mal weiter. Mit Video und so weiter haben wir auch schon geschnackt. Genau. Outgrid müssen wir gleich nochmal finden. Achso. Jetzt Kaffee können wir auch. Oder waren wir da jetzt schon drin? Ich weiß es nicht. Jetzt kann ich mich nicht dran erinnern. Hallihallo. Nein, waren wir nicht. A double. I found that running a cafe is more like running a daycare center than anything else. A daycare center where the kids all have beanjuice breath. Also wie gesagt. Ein Café zu leiten ist fast schon wie ein Kindergarten sozusagen. Oder eine Tagesstätte. Kindertagesstätte. Nur dass die Kinder nach Kaffee trinken. Weil sie den ganzen Tag Kaffee trinken da. Im Kaffee natürlich. So. Outgrid. Wo bist du? Das hier. Wunderbest. Hallo. Genau. Sie will nämlich Planken haben für ihre Dreiradrampe. Die sie bauen will. Yes. Und 50 Gummis kriegen wir dafür. Und natürlich eine gute Portion in dem Freundschaftsbalken. So. Genau. Hier kommen wir morgen wieder hin. Da gucken wir mal, was wir vielleicht in der anderen Stadt machen können. So. Das hatten wir auch schon angeguckt. Yes. Die Challenge gibt es dann morgen wieder. Eine neue. Kann ich hier endlich rein? Nein. Hm. Der Typ. Milbert. Ich brauche ein kreatives Outlet. Wie in Outlet Mall. Es sieht halt ziemlich nach Johnny Depp aus, oder? Aber na gut. Haben wir hier Johnny Depp mit in Badgetown. Auch ganz cool. So. Genau. Dann haben wir, glaube ich, alles gemacht, was wir machen können, oder? Level Up in Ooplet. Level Up in Ooplet. Kriegen wir leider nicht mehr hin. Pickups. Fixed Up. The Dance Barn. Gimmel Balloon. Ist eigentlich auch. Fertig. Wir müssen ja nur bis morgen warten. Hm. Dann würde ich sagen. Sammeln wir hier noch Sachen ein, oder? Ich glaube, wir machen lieber die Farm noch ein bisschen mehr sauber. Schlagen da die ganzen Steine kaputt und so weiter. Ich denke. Ach, bzw. wir können ja hier nochmal reingucken, weil wir haben ja die Blaupause für Stufe 3 gekriegt. Ah, das kostet uns natürlich einige Sachen, die wir nicht haben. Nämlich zum Beispiel die vier Clawlets. Also ich glaube, von den Clawlets sollten wir schleunigst einige anpflanzen. 14 Planklets. Nörnies sollten wir eigentlich haben. Nun gut. Ärgerlich. Aber. Dann ist das so. Dann hauen wir hier erstmal ein paar Steine und jeden bisschen Unkraut. Holz brauchen wir natürlich auch. Einfach alles kaputt machen hier. Dann sieht das auch gleich um einiges ordentlicher aus. Sehr gut. Hier nochmal ein Stein. Da noch ein Unkraut. Oh, Flutie Seed. Sehr cool. Aus dem Unkraut haben wir ein Flutie Samen gekriegt. Eine neue Pflanze. So, machen wir hier alles kaputt. Sehr gut. Ich glaube, dann konzentrieren wir uns mal darauf, mehr Obstkup zu bauen. Mehr Häuser für unsere U-Blitz. Damit die auch nicht so traurig werden. Und außerdem. Sollten wir dann ja glaube ich auch. Mehr U-Blitz. Die auf der Farm haben können. So. Jetzt haben wir hier ordentlich aufgeräumt. Und dann machen wir noch ein kurzes Schläfchen. Damit wir wieder ein bisschen Energie wieder kriegen. Dann können wir nämlich noch weiter aufräumen. Und dann ist es auch bald schon Abend. Abend. Yes. Ist es sogar schon. Mal gucken, was wir hier reinpacken können. Das. Ah. Cloth-Blitz Samen. Die wollen wir natürlich noch. Ups. Wollen wir noch. Einpflanzen. Und unseren U-Blitz Samen. So. Genau. Den können wir dann hier hinpacken. Und die Cloth-Blitz. Machen wir hier hin. Genau. Hier haben wir auch nochmal 5 Cloth-Blitz. Das ist gut. Je mehr desto besser. So. Wollen wir uns hier noch mal die Sachen. Komm mal. Haben wir bald schon. Fast alles. Sauber gemacht hier. Nun gut. Aber wir sind jetzt auch schon ganz schön erschöpft. Gehen wir nochmal ins Haus rein. Gucken, ob wir schon schlafen gehen können. Oder nur neppen. Ne. Wir können schon schlafen gehen. Okay. Dann packen wir hier nochmal. Geben kurz die Sachen weg. Die wir noch im Inventar hatten. Genau. Und dann würde ich sagen. Schlafen wir bis zum nächsten Morgen. Und das war auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag. Yes. Sehr viel gemacht. Sehr viel Erfahrung gesammelt wieder. Uh. Und es gibt am nächsten Tag Special Dumburb und Annihanni. Sehr cool. Die müssen wir uns auf jeden Fall holen nächstes Mal. Ich weiß nur nicht mehr, was Annihanni haben wollte. Ich weiß nicht, ob es zwei Karoots waren. Ah. Hoffentlich haben wir die Items, die wir brauchen. Und wir sehen noch drei neue U-Blitz. In Badgetown. Ach. Jetzt sehe ich das auch erst. Da steht überall Badgetown drunter. Das heißt, wenn wir später noch die andere Stadt freigespielt haben. Äh. Wird da wahrscheinlich noch die andere Stadt drunter stehen. Welche U-Blitz es da gibt. Sehr cool. Annihanni und Dumburb. Die versuchen wir uns auf jeden Fall zu holen. Die Super Special U-Blitz. Bin ich gespannt. Und ich denke mal. Genau. Fix Gimbal's Balloon. Juhu. Das haben wir auch geschafft. Yes. Und ich würde sagen. Ich speichere mal fix. Und dann soll es das erstmal für diese Folge gewesen sein. Dann. Haben wir auf jeden Fall schon mal was cooles vor. Für die nächste Folge. Neue U-Blitz. Und. Wir können mit dem Heißluftballon fliegen. Mal gucken in die neue Stadt. Wie es da aussieht. Und was es da für U-Blitz gibt. Und vielleicht gibt es da auch neue Klamotten. Und so weiter zu kaufen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Und da müssen wir auf jeden Fall den Turm auch nochmal. Ähm. Ja. Reaktivieren. Genau. Yes. Danke fürs zugucken. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Oder auch nicht. Können wir trotzdem ein Like da gelassen. Und ein Abo. Und äh. Einen Kommentar wenn ihr wollt. Und mir sagen. Was ich. Besser machen soll. Oder. Ob ihr das ganze Let's Play cool findet. Oder nicht. Und was ihr überhaupt zu dem Spiel zu sagen habt. Das würde mich auch interessieren. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Und äh. Ist so ein. Entspanntes. Animal Crossing mäßiges. Game. Wo man einfach so ein bisschen. Ja. Eine gute Zeit haben kann. Yes. Dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und. Bis zum nächsten Mal. Bei U-Blitz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.